Hallo meine Freunde, da sind wir wieder zurück bei 4.3. Zum Flughafen geht's jetzt so und auch gleich sofort los. Huch, ach ne, auf Schlappmusiker drücken. Hey, ich drück mal wieder aufs Spielwort. So, okay. War ja ein bisschen actionreich letztes Mal hier. Jetzt sind wir auf jeden Fall am Flughafen. Der geht so schön. Also, nachdem sie den Landeweg gefunden hatten, setzten die Brüder ihre Jagd auf den Beck, auf Big Cat und seine Kidnapper durch den Flughafenport Authority fort. Wow. Abschnitt nur 7. Oh. 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 Oh, Bruder, kümmer dich mal. Ich werde das aber nicht. Nicht schlecht. Ich versuchte nicht, aber eigentlich nicht. Ganz große Kacke ist am Dampfen. Sucht nach Beckett und findet heraus, was er weiß. Ich suche nach Beckett. Guck mir hier mal so, ey. Guck dir mal, ihr seht aus wie Joker, die Hörer. So, läuft hier alles irgendwie. Alles gut. Oh, oh. Lol. Alter, die kommen ja hier gleich an die Rantion. Hammer, geil. Klingt ja super an. Rein, ihr soll. Ich hab ja zu tun. Ich fähre deine Gummibärchen. Alter. Ich bin gleich tot. Ich hab keine Munition mehr. Achso, ich hab eine andere auf den Namen. Die können wir vielleicht gehen. Alter, jetzt füllen wir hier auf den Sack. Geh mal ab jetzt hier. Alter, der stuckt nicht. Alter, fahr weiter. Das war ja gerade echt ein netter Start hier. Nett ins Game rein. So, wo geht's jetzt hier weiter? Was müssen wir hier machen? Ich will mich auch mal wieder gruseln in dem Spiel. Die recht mal nett von euch. Ich war ohne die Äckchen hier, oder? Oh, wir haben euch schon wieder so Mistvieh. Alter. Miss, Fischer. Komm raus, zeig. Ich seh dich doch. Huh. Alter. Alter, stirb doch mal. Mein Gott, ey. Wie viel brauchen die denn? So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich hab nämlich mal wieder einen schönen... Hier ist das Kommando. Hinweis. Die Turbulenzen am Himmel werden von paranormalen Anomalien erzeugt. Zige eure Sektoren, sofern weißere Turbulenzen auftreten. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. Oh, ich hab da schon wieder irgendwelche Viechzeug gerade hinter mir gehört. Was ist denn mit der Maus? Ohpala. Maus die selbst sich eingestellt. Ah, schon besser. Oh nö, ey. Haut doch mal ab, Mann. Das ist so. Sie stehen. Nicht anfassen. Und immer in die Sicht gefasst. Das ist voll ekelig. Ich wüsste ja nicht, wo ihr damit wart. Weg. Weg. Hush. Ihr ekelhaften... Ihr hässlichen... Weg. Weg. Alter, fahr weiter. Ey, ungelogen. Wie viel Schuss du für diese Mistviecher brauchst. Das ist nicht mehr christlich hier. Voll im Ernst. Voll übertrieben, Mann. Gibt es hier wenigstens mal irgendwo Munition oder so? Nö, natürlich nicht, ey. Hallo, ich brauche Munition, ey. Sie ruft wahrscheinlich wieder in irgendeine Ecke. Dann redet mir hier irgendein Viehlein wieder ein Ding. Guck mich mal hier nur kurz auch noch, ob ich hier irgendwo Munition finde. Oder vielleicht sogar eine Leiche zum Ernten. Oder eine Seele zum Ernten. Guck, geht ja nicht weiter. Okay. Alter, das sieht aber eigentlich ja nicht schlecht aus hier mit dem Wasser. Oder? Haben sie gut gemacht. Nicht schlecht. Außer, dass es da unten auch noch läuft. Aber naja, gut. Wir wollen ja nicht pingelig sein. Was war das denn? Kommt jetzt hier wieder irgendwas groß? Ich fette. Ich hab keine Munition. Der ist voll fies. Mann, Leute. Verpasst das immer. Munition. What the fuck? Der ist einfach nicht mehr vorbeigerannt. Oh Mann, ich hab's da vorbeut. Oh, ich mach auch ab. Geh weg in deiner Gruft zurück. Oh, noch einer. Alter, das ist voll fies, dass sie die... Voll programmiert, dass sie dich auf jeden Fall immer treffen müssen. Voll nervig. Ja, ich komme. Ich komme, ich helfe. Zu spät. Upsala. Hättet ihr euch geholfen? Muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, ihr mein Freund. Mein Gott. Alle Gespräche von Armaken werden überwacht. Wir wissen, dass ihr hinter Beckett her seid. Sie haben noch mehr dieser Kommandeure im Einsatz, die nach euch suchen. Die Hauptsache, ihr lasst mich mal wieder ein bisschen gruseln hier. Welch nett von euch. Hm. Also wenig Munition. Boah, das ist voll krass aus mit dem Regen hier über den Regen jetzt durch. Hammergeil. Super cool gemacht, muss ich gar nicht sagen. Hier fällt mal. Ich weiß gar nicht, warum mir jetzt jetzt das auffällt. Haha. Oh, ne Lächel. Oh. Und meine Welfel. Super. Hedermit. So. Mal wieder ein bisschen Munition hier. Mit dem Ding hier sowieso immer schön. Von mir aus. Hauptsache, ich bin ja nicht auf den Sack. Ich glaube, die tausche ich mit der da aus. Haha. Wo wir nicht so unterführen, die war? Nö, leider nicht. Nö. Ey, ich habe mich gerade erschrocken. Ach, die schießen auf. Oh. Japp. Ich bin ohne da. Scheiße hier. Ich habe heute aber auch nichts. Ich sehe nichts. Ich kreffe nichts. Komm mal raus hier. Huh. So. Was? Nee, ich bin nur einer. Kann ja nicht überall sein. Komm schon. Stopp. Ja. Komm, komm du hoch da hinten. Komm schon. Stopp. Komm raus da, mein Freund. Hab dich gesehen. Okay. Kann dich nicht verstecken. Von mir aus. Oh, wir haben keine Munition mehr für das Ding. Scheiße. Komm mal her, mein Freund. Ich schieße hier mal kurz in dein Gesicht. So, ich brauche nämlich hier mal deine Munition. Und die da. Und die da auch hier. Danke. Danke. Haha. Oh. Alter, wie fies die auch noch im Zickzack laufen, die Mistfiecher. Boah, das ist echt nicht die richtige Waffe für die. Geht auch nicht, glaube ich. Es gibt gar keine richtigen Waffen für die Mistfiecher. Boah. Papisst euch. In euer Grab. Oder ihr auch immer. Hey, ihr kommen seit. Super. Oh, leer schon. Hammer geil. Okay. Also die Waffe ist auch nicht gerade eine wahre Waffe. Ah, cool. Super. Ja, damit. War hier noch irgendwas? Ach, nee. Quatsch. Haben wir alles aufgesammelt? Gucken, wo haben wir die hier noch hatten? Die waren ja auch gerade noch zwei. Ah, cool. Die haben ja... Nee, doch nicht. Hab ich gesagt, was ich gesagt habe. Sergeant Beckett muss Ihnen wichtiger sein, als wir dachten. Naja, sonst würden wir den ja auch nicht jagen müssen hier. Mein lieber Bruder. Hä? Okay, da geht's nicht rein. Okay, da geht's auch nicht rein. Okay, da geht's gar nicht weiter. Oder bin ich... Ach, nicht hier. Ah, okay. Hallo. Ich bin der Neue. Ja, wann kommst du denn einfach so richtig stummt, Junge? Bist du denn jetzt noch? Ernst Atta, mein Freund. Atta, Atta. Mit deiner Waffe. Kannst du ja sowieso nicht umgehen. Ich zwar ohne, aber ist ja unruhig. Ich muss aber. Muss ich hier machen. Muss ich hier drücken. Muss ich hier machen. Oh, warte. Wir gehen aber erst mal kurz hier hinten gucken. Wenn nicht noch irgendwas ist. Ne. Sieht nicht so aus. Geh' noch mal ne. Ah, cool. Hehe. Zeig' doch. Lohnt sich manchmal. Von mir ist noch gut. Ich auch nicht. Ich versuch' es. Ich versuch' es. Eine Waffenkiste. Was haben wir denn da drinnen? Yeah, müssten wir ja voll sein jetzt, wa? Hammer, geil. Außer die... Ach, guck mal, der steht da und wartet schon auf seine Kugel im Kopf. Hehe. Der ist schon tot. Brauch's nicht mehr drauf schießen. Ach, der ist auch noch. Na, super. Uh, Granate. Boah, natürlich ist das so ein Strom-Ding. Ich weiß nicht, was das macht. Achso, das macht die durchgängig schaden. Jetzt hab ich verstanden, das Ding. Ja. Komm mal raus hier. Jupp. Liegt jetzt irgendwo da hinten in der Ecke. Okay. Fäscher, mein Freund. Legt ihr euch auch mit mir an? Aua. Denken sind alle ausgelöscht. Warte nun. Geh hin mir. Oh, der ist auch noch einer. Boah, Kopf weg. Müssen wir denn jetzt... Eingreif-Truppe, aufgestanden. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Huch. Er hat noch einen abgeknallt. Ja, mach ich mal. Knall doch dich ab, mein Freund. Huch. Meine, meine scheiß Granaten kannst du behalten. Wo ist er denn? Warte. Aber wenigstens, sie freuen sich, wenn sie alle sterben. Also, Zeichen von Freude, meiner Meinung nach. So, warte mal. Ich hab doch hier grad mal ein paar Leutchen jetzt abgeknallt. Wo waren die? Warte, war doch hier. Warte, alle Waffen, die die hatten? Ach, die, die scheinen schon... Ne, die sind nicht voll. Hm, okay. Und ich scheine mal... Ah, cool. Auch nicht cool. Scheiße. Diese andere Waffe. Huch. Alter, komm mal ran hier, mein Freund. Na, kommt schon hier, meine Freunde. Ich hab hier noch ein paar Kugelchen für euch übrig. Huch. War das dein Kopf? So, Kopf. Kopf. Oh, ne, nicht schon wieder die. Verpiss dich. Oh, nein. Aua. Weg. Einfach weg. Sterben. Mann, die kosten dann auch voll viel Munition, diese Mistwischer, weil die so hin und her hüppen. So. Ey, halt, da hat die Kinder meine Waffe. Da, eh, das ist eh noch. Müllsamler, selber müllsamler. Alter, das sieht doch total krass aus mit dem Regen hier, oder? So auf dem Boden, so. Fertig, ey. Okay, na, wo geht's jetzt hier weiter? Runter, oder was? Von unten gekommen? Nee, auf keinen Sinn. Oha. Boah, das ist eigentlich fies, wenn von hinten und so vorne angeht. Aber okay, egal. Oha. Da ist jetzt ja nichts anderes. Die greifen auch nicht an. Haha, vorhin die Wand gehüpft. Ah, nix hier, Werfelgranate. Scheiß, Arme ist weg. Ich will mit Granate werfen. Scheiße, hier haben wir schon mal keine Munition mehr richtig. Damit, ey. Der hat meine Waffe, super. Und der hinten, glaube ich, auch. Yeah, nice. Hört sich ganz danach an, als wollte Arme come back it aus den gleichen Gründen, wie wir haben. Sie suchen auch nach Alma. Aber mir ist nicht klar, was letztendlich ihr Ziel ist. Okay. Ich mein's auch nicht. Noch nicht. Brauchst du immer dieser Vorhinein? Ich muss ja nicht mehr rausfallen. Du bist fügt soweit hinten, um jetzt noch dein Backit zu fangen. Fresse besser. Krieg den schon, mach dir mal keinen Kopf. Ich hätte die Spieler ja kein Ende hier, mein Freund. Nimm die Abkürzung durch den Restaurantbereich. Okay. Machen wir das mal. Jetzt ist mal die Waffe hier. Ich bin wieder gleich, die Fülle ist mir gleich wieder tausend Viecher in die Gegenwüpfen. Gucken wir mal kurz hier hinter. Pena beflöscht. Nichts. Okay. Was sind denn jetzt hier eigentlich immer für komische Frippen? Da kommen die bestimmt immer raus. Sie, hast du hier einen Zögel. Die hässlichen. Ah cool, guck mal. Eine Leiche. Tipp, tipp, in meinem Keller liegt eine Leiche. Hammer geiler Song. Achso, das war der. Oh, da hat sich aber einer gelabt, würde ich sagen. Hauptsache, das hat die schmeckt. Nee, der muss ich nicht. Achso, das ist cool. Na gut, dann los ich mal schnell durch. Oh, deine Mutter. Oh, jetzt habe ich mich aber gerade weg. Husch. 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 Alter, jagt mir diesen Schrecken ein. Alter, verraten. Okay. Oh, okay, hier ist er nicht mehr. Weiter. Kommt nicht mehr hier. Keine Angst haben hier. Hälsen wir wieder hier oben? Kommen wir auf jeden Fall raus. Ah, Moment. Erstmal gucken hier. Vor allen Dingen. Das ist doch hier schon sehr, sehr... Oh, meine Granate. Naja, die haben wir schon. Kommen wir hier nochmal rein?